Die Atmosphäre, die Stimmung, das Gefühl ist das, was ein Foto ausmacht. Das ist alles. Bewegung und Action, genauso wie Stille und Ruhe, das gehört für mich einfach zusammen. Und deshalb fotografiere ich beides auch einfach gern. Das Licht, eigentlich ist es mir ganz egal, wo es herkommt, es muss nur zum Bild passen oder auch andersrum. Kraftvolle Bilder finde ich einfach toll. Meiner Meinung nach geben sie einem auch Energie zurück. Ästhetik und Schönheit zu finden und abzubilden, das ist eigentlich der Hauptantrieb bei meiner Arbeit. Ich sehe so viel, so viele Dinge, Orte, Menschen, Momente, die alle einfach schön sind. Die zu zeigen, darum geht es mir. Aber nur die eine Ästhetik, das reicht mir nicht. Ich will sie einfach alle zeigen und das ist mein Dilemma. Ich bin Peter Schreiber, BFF Professional aus München. Ich bin Peter Schreiber, BFF Professional aus München. Vielen Dank.